Meine Herren, wir singen jetzt speziell für euch zum Mitsingen. Sag Dankeschön mit Roten Rosen. Vollgas, ja. Sag Dankeschön mit Roten Rosen. Sie wird's verstehen und es schon sehen. Hast du schon mal angedacht und ist dir klar, was sie so rein ist für das ganze Jahr. Ja, sie ist eine gute Fähigkeit. Fahr deinen Tag auf. Sie sieht die Kinder los und ich, ja ich, geh aus. Und sie sagt Dankeschön mit Roten Rosen. Zu deiner Frau, so weit und zu deinem Mann. Sag Dankeschön mit Roten Rosen. Sie wird's verstehen und auch nicht. Du wirst schon sehen. Und so kommt der Abend rein. Und ist es schwierig. Dann wartet sie ja viel. Schrecklich sie geht. Und da muss auch da funktion. Mal eine Tag. Sie war die Klinge und der Ritschie und der Kaffee und der Kaffee und der Kaffee und der Kaffee und der Kaffee. Sie wird's verstehen und sie wird's verstehen. Und jetzt singen alle Herren. Sag Dankeschön mit Roten Rosen. Meine Herren, es ist ganz gut, es geht auch lauter. Sie wird's verstehen und sie wird's verstehen. Sie sagt Dankeschön mit Roten Rosen. Sie wird's verstehen und sie wird's verstehen. So, das machen wir gleich noch mal, meine Herren und alle. Sag Dankeschön mit Roten Rosen. Super. Zu deiner Frau, so weit und zu deinem Mann. So, das machen wir gleich noch mal, meine Herren und der Kaffee und der Kaffee und der Kaffee und der Kaffee. So, wir schicken die Jungs schon die Pause, bevor wir dann zur letzten Runde starten. Ich nehme euch als Rhythmusmaschine, okay? Wenn's auch schon lieb, meine Damen, meine Herren, nehmt die linke Hand bitte nach oben, die rechte dazu. 1, 2, 3, 0. Wup, 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 wup. Wup, wup, wup. Wup, wup. Wup, 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 wup Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020